hast du doch nicht geschossen hoffe nicht nichts brauchen wir mehr als in gerade der karte eine kann ja nicht schaden wenn es nur zum üben ist zum zum bergabau nichts kommt man diesem theater hier ganz schlimm gerade alle bäder im tierisch theater warum nehme ich das ganze zeug eigentlich mit mag die gegend das ist wirklich so wunderschön überall mal Ach, du bist auch Streamer. Interessant. Nichts. Machst du schon lange? Also streamst du schon lange? Oder bist du neu dabei? So bist du neu. Aber hey, dann ist ein Zuschauer ja gar nicht mal so schlecht. So habe ich nämlich auch angefangen. Niez. Mach mal auf mit dem Theater. Ist noch nicht so weit. Dann drücke ich dir auf jeden Fall ganz viel, äh, ganz solid down, dass du halt größer bist. Machst du auch YouTube und TikTok. Und hast du vor, den Namen beizubehalten? Hm? Upp. Walk is in the superiority. Walk was a quack was a favorite of a former follower of mine. He loved it so much, that I had to find a way to get it, uh, so people can, uh, redeem it more than, uh, five times per stream. Because beforehand it was, uh, restricted to only five quacks per stream or something like that. Ich hätte ihn nicht freilassen sollen, war er aus ihrer Ecke. Guck mal da. Je ba-r草得 auf. Julian 1. Tschüss. Ah. Let's go. Let's go. Die kommen offensichtlich wieder. Ein paar Fungus, okay. Und dann kloppen wir denen hier ihr altes Zuhause weg. Ha! Und jetzt sehen wir, was sie davon haben. Nausikala ist grüßen, bäh. Alles voll mit Schimmelpilzen. Die lassen Geld fallen. Minus 70% Bewegungsgeschwindigkeit. Langsam zunehmend die Bewegung durch Schimmelinfektion. Ja, es ist nicht gesund hier. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Wer weiß, vielleicht braucht man hierfür irgendwie ne... Weiß nicht. Wie nennt man das? Ne... Gasmaske oder so? Das wäre auf jeden Fall sehr interessant. Und hier kommen wir nicht weiter. Ach, der ist mal... Ach, der ist mal... Gut. Ähm... Ich glaube, was wir nicht brauchen sind Grasbüschel. Die können wir hier gerne wieder... Ups. Die pflanzen mal wieder ein, ne? Wir haben ja bei uns nicht unbedingt was zu tun. Gut, man könnte damit sich seinen... Seinen Garten noch ein bisschen aufhübschen, aber... Na, Mause, Mietz. Na, meine Schmuse, Mietz. Hm? Meine kleine Schoß, Schmuse, Mietz. Ne? Was ist los? Was ist los? Ah! Vorsicht, Mietz! Ich bin noch kein Sprungbett. Ich bin noch kein Sprungbrett, ne? Guck mal. Ja. Geh, geh. Ein Moment. Mein Kater will ein bisschen Aufmerksamkeit. Ach, wurde auch nicht. Also vor allen Dingen wieder was gerade was puttern, aber es gibt's jetzt noch nix. Theoretisch. Wir haben ja mal unsere festen Zeiten hier. Und der hat's grad ein bisschen einig. Sorry. Oh, sehr viele Rohstoffe. Sehr, sehr, sehr gut. Wir bleiben am besten noch auf der Höhe. Wir kloppen uns hier einfach durch die Wände. Unter anderem. Ja, wow. So viel. Und da drüben auch. Es bleibt keine Wahl, wir müssen alles mitnehmen. Wir bleiben. Wie mehr wir nämlich haben, umso mehr können wir bauen damit. So, Arceus ist dort. Wir müssen da hoch und dann eins einmal durchgraben. Kein Problem. Also doch von hier. Hallo. Was bist du? Was bist du? Was bist du? Was ist das? Alte Spurenmaske. Alte Spurenmaske. Es gibt Spurenmasken. Ich kann sie nur nicht tragen. Trockener Schmetterling, getrocknete Schmetterling, Ballonspuren. Oh, wir haben schon wieder ordentlich was, was wir sagen, die wir verkaufen können. Die könnte man theoretisch bissen. Okay. Äh. Wait, was? Ich muss sagen, worauf habe ich gerade draufgehauen, dass sie sich dann höheren Bergbauschaden braucht. Was? Hm. Das muss ich nicht verstehen, oder? Da ist ja irgendwann was ich mir nicht gesehen habe. Hm. Das muss ich nicht verstehen, oder? Da ist ja irgendwann was ich mir nicht gesehen habe. Hm. Wütenblattring. Oh. Hübsch. Wütenblattring. Wunder nicht. Aber ich nähere mich dir an. Ich bin langsam aber sicher. Weißt du, was ich nicht mehr einschte. Oh, was ich nicht mehr ist, oder? Was ich nicht mehr einschte? Wできutig. Wunder nicht mehr einschte. Okay, wenn ich es nicht mehr einschte. Hier. Ich bin ganz klar. Wunder nicht mehr zusammen. Warum denn das kann ich gar nicht mehr einsetzen? Ja, das ist ja gar nicht mehr. Und das ist ja irgendwie nötig. das ist ein ring ist es heißt müsste ich einen davon austauschen möchte ich aber eigentlich eher nicht so wie sieht es bei mir aus kann auch ein bisschen dauern seltener muskelschirm das hatten wir sogar schon mal will ich irgendwelche sachen wegwerfen ja und ja wie zimmer und wo war jetzt unser tunnel da ich würde ihn doch gerne gerade halten einfach gerade zweifel können wir nämlich später irgendwann stein voll cool hier ist das offenweise federn wir haben seine brutstätte gefunden sie ist das sind sehr viele feder und irgendwie spuren verseucht oder das sind ja keine spuren sondern es ist vogelkacke es wäre doch lustig ich habe dich auch lieb ich habe nur keine ahnung was jetzt machen muss ich bin jetzt hier und ich sollte vielleicht mich erst mal heilen bevor ich mich mit dem anlege ich mich mit dem anlegen wir befinden uns gerade bei axios axios ich schätze mal wir müssen das platzieren Gott Oh my God grap habe ich gesucht in Hachen Hachen ich habe nur es hat sich gelohnt weil immerhin ich bin gestorben man bräuchte irgendwie einen rückteleporter damit man nicht den ganzen weg wieder hinlaufen muss nein mein waggon ist schon wieder weg naja gut jetzt der katzen snack gehen wir ganz kurz noch mal ein päuschen georg hat nämlich gerade den katzen snack eingelöst leute es gibt nachtisch wenn die sich auch freuen inte du Vielen Dank. What they are eating, yeah, they just ate. Doesn't matter, it's okay. Okay. A little treat. Yeah. Also, I always say, are they really your pets if you don't spoil them? Sind sie wirklich deine Haustiere, wenn du sie nicht verwöhnt? Ich verwöhne meine Haustiere, du gerne. Okay. No, and you try. No, ja. Okay. 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 ganz gut läuft alles bei er ziehen. merci ces ich weiß ich will mein zeug wieder nicht okay dass du das wort ät immerhin habe ich dir zurückgebracht ein schimmelring und es gibt eine schimmelheizkette oh gott na lecker wenn man beide hat hat man immun gegen schimmelinfektion ein weicherring der langsam pilzspuren freisetzt man lecker ja mein kate sind fertig und die schussplatte mein dicht dran aber nie wir haben uns hier noch eine runde durch aj Как um 이상 abkürzeln na 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 so na 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 PO was sind sie passiert warte mal brauche ich dieses blöde jetzt noch mal und ist wenn wir stecken ist weg noch etwas aus decken können oder wegwerfen oder was auf jeden fall dass ich muss jetzt wirklich noch mal ein neues i mean i will not say that you are not correct die wände noch mitnehmen auch gut wir müssen wirklich ein neues ein baum das ist auch so teuer na gut Ich bin weit und weiß. Achso, das ist Stein. Ich dachte schon. Irgendwie neues Biom oder so. Oh. Wie viel Holz haben wir denn hier zu nehmen? Viel. Gut. Äh, warte. Wo ist da? Jetzt müssen wir nach Hause. There's a weird static noise. Again. I knew it. I knew it. Is it the second? Is it better now? Or is it still static noise? Might be the game. Might be some other stuff. I don't know. Also, thank you for telling me. It's always with this game. Always. I don't know. Something is weird. Maybe I need to restart or something. Maybe I need to restart the game. Maybe I need to restart the game. Ich weiß nicht. Mein... Mein... Headset hat ab und zu mal leider die Mücken... Wie das Problem, dass es mit dem Spiel nicht so ganz nah kommt. Und dass dann mein... Mikrofon irgendwie... rumzieht. Keine Ahnung warum. Manchmal hilft ein Neustart. Und wenn nicht, haben wir ein Problem. Dann haben wir wirklich ein Problem. Mal ja auch nicht wirklich hundertprozentig sagen kann, wo er uns liegt. Ich hoffe, es bringt was. Ansonsten müsste er jetzt damit static noises leben. Leider. Du hörst es bereits? Oh nein. Oh, come on. Ja, ich bin sorry. Ich weiß nicht. Ich kann nichts gegen das tun. Ich glaube, dass dieses Spiel und mein Headset sind nicht kompatibel. Sie sind irgendwie nicht kompatibel. Ich weiß auch nicht warum. Hä? Ich fürchte ein bisschen damit leben, leider. Äh, kotzt mich der Sonn. Brauchte man für das Ei federn? Nee. Fede Stände Gold bei uns kaliten. Teuer. Die statische Hexe. Äh, ich will gar nicht statisch sein. Das bleibt mir keine andere Wahl. Nee. Ja, auch. Ähm. Was haben wir schon? Das können wir verkaufen. Die Ringe kennen wir nicht mehr. Einmal den, einmal den, einmal den. So. Ist es sehr störend? Ist es sehr störend? Oder ist es bearable? Alter, mit ihren dicken Rucksäcken hier. Die werden wir brauchen. Dafür brauche ich noch einen. Dankeschön. Wahrscheinlich werden wir noch mehr brauchen. Oh nein, ich habe den versehentlich aus seinem Haus rausgelassen. Äh, aus seinem Zimmer rausgelassen. Ups. Weißt du was? Das kaufe ich dir auch noch ab. So. Dann haben wir davon noch ein bisschen. Das könnten wir uns eventuell mal mitnehmen. It's bearable. Okay. Und das kotzt mich so an. Hm. Und das kotzt mich so an.